Ich glaube, wenn man gestern Gigi gesehen hat, da schmerzt ja jedem das Herz, egal ob man ein Italien-Fan ist oder nicht. Weil es ist ein großartiger Sportsmann, eine Legende, wirklich eine lebende Legende. Das Wort wird ja oft in den Mund genommen, aber bei ihm kann man wirklich das sagen. Ich hätte es ihm gewünscht, dass er wirklich auch sein letztes Turnier bekommt.